Wer befindet uns? Herr Vellington, wo befinden wir uns? Die Frage ist noch immer, wie hat Ihnen das Spiel gefallen? Das Spiel war absolut super. Es hat sehr lange gedauert. Der Luk hat jetzt noch 10 Sekunden Zeit, etwas Gescheites zu sagen. Ja, das ist schon zu Ost. Ich habe links außen gespielt. In Madrid, in Madrid. Ich habe ja rechts außen gespielt. Ich spiele immer rechts außen. Das kann ich am allerbesten.